Yo Leute, herzlich willkommen zu einer Runde Master Builders. Wir spielen heute mal Master Builder. Und ich habe drei Dudes dabei, also vier Leute heute. Ich habe einmal den Enderface dabei, dann einfach den Zorro und einmal den Justin. Hey, hallo. Im Moment, ich muss eben ganz kurz... Oh, ein Haus. Oh, schwerste Team. Ist gerade unfassbar. Ich glaube, ich war einfach so ein Strand. Ja, das hatte ich vergessen zu sagen. Richtig auch. Oh, ich glaube, ich habe schon so ein großes Haus, obwohl es ein Mini ist. Ja. Großes Haus, okay. Obwohl es Mini ist, ist es ganz groß. Beste Logik. So habe ich das jetzt verstanden, ne? Ja. Okay. Naja, ich muss ja den kompletten Umrand machen. Tschüss. Tschüss. Meine Damen, meine Herren, wie habt ihr gerade live gesehen, dass meine Freundin mich mitten in der Aufnahme angerufen hat. Ja. Äh, das habe ich dir gesehen. Das werde ich auch so hochladen. Müsst du voll aus dem Rauschneiden, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und, ähm, wir versuchen jetzt hier ein sneakers Haus zu bauen. Also, das Thema ist Haus. Und wir versuchen jetzt das, äh, ganz Sneaker irgendwie hinzukriegen. Ich meine, ich bin jetzt... Wer kann Englisch kann? Wird dir nochmal nachgesagt? Ich kann... Ich glaube, ich kann nicht Englisch. Ich weiß nicht ganz sicher, was das heißt. Bin ich so der, der beste Bauer, aber ich meine, so kacke bin ich auch wieder nicht. Ach, wer weiß denn was? Ich wette da, wenn einige so richtig diese OP-Häuser haben. Oh ja, davon gibt es voll viele. Jetzt haben wir das Basic-Haus, ja? Äh, dann würde ich sagen, fangen wir mal mit ne Treppe an. Ne Treppe. Wie, wir haben noch 4 Minuten Zeit dafür, ne? Mhm. Alter Belly. So, ähm. Oha. 3 Minuten mehr gesagt. Zack. Leimann, das... Ich hab' die ganze Seite mit's nicht aufnehmen. Ähm. Als erstes natürlich ne Jutebox, ne? Wir brauchen unbedingt ne Jutebox. Ohne Jutebox ist hier nichts los. So. Dann nehmen wir einen Boden ins Haus rein. So. Ich bin's eigentlich, glaube, gewöhnt, mehr so normale Häuser zu bauen. Ja, ich bau einfach so eine Vierecke. Ich hab' den ganzen Service bauen gebaut, aber okay. Also, meins ist unsymmetrisch, aber richtig. Hm, meins ist eher so schlicht, das ist halt... Heute sagen wir mal ein bisschen schlicht. Und ich find's übrigens sehr kalt draus, meine Damen und Herren. Also, es ist... Es ist kalt. Äh, Partikel. Bei uns kam gestern sogar Schnee. Bei uns ist heute immer noch Schnee. Oh. Das ist doch geil. Storming. Ähm. Der... So. Jetzt hauen wir eben mal ein bisschen mit Glas rein. Zack, 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 zack. Wir bauen jetzt einfach hier so ein Standardhaus. Äh, weil ich... Keine Ahnung, ob ich mein Haus weiterbauen soll. Also. Oh mein Gott. Okay, ich bin wieder da. Hallo Justin. Hiiii. So. Ich bin mal gespannt, was wir... Was die... Ey, ohne Witz. Mein Haus wird so kruppelhaft aussehen. Ey, das kannst du von ausgehen. Das ist... Das ist ein Bauklotz. Ja, das... Da bauen... Da bauen dreijährige Kinder noch schöner. Äh, mit dem Lego. Als ich hier. Da. Das ist leider so. Zack. Oh Gott. Achso, und wenn ihr auch mal irgendwie ne Runde Master Builders mit uns zocken wollt, äh, dann könnt ihr einfach mal in die Kommentare schreiben. Bin ich offen für. Ich meine, ich spiele gerne mit allen Männchen kicken. Und vor allem alle People, die, äh, uns gucken, die sind auch herzlich eingeladen. Zumindest die mich gucken. Sind auch herzlich eingeladen, dann einfach mal ne Runde mitzuzocken. Gott verstanden, hässlich. Ja, hab ich dich auch verstanden. Nö, die sind nicht hässlich. Nein, nein, nein. Hast du denn die ganze Community verstanden? Ne, ne, ne. Ich, ich, ich bin froh, dass ich eine Community habe, die mich so akzeptiert wie ich bin. So, ähm. Das ist einfach nur ein schlichter Baukasten. Dann solltet ihr meins nicht sehen. Das kann man, kann man denn mal hier so einen anderen Untergrund reinhauen? Ich meine, ich hätte, genau. Aber ich hätte gerne so Sanduntergrund. Endstone, passt überhaupt nicht. Mh, nein. Quarzblöcke, ne, ne, nein. Lass uns einfach mal im Gras. Ähm. Aber die Untergrund will keiner leider nicht bauen. So, wie lange Zeit haben wir denn noch? Oh, 20 Sekunden. Ja, gut, GG. GG, what play? Das war ne tolle Runde. Wollen wir eine neue Runde aufnehmen? Nein, wollen wir nicht, wollen wir nicht mal eine Runde. Das muss ich jetzt aber dann wirklich rausschneiden. Ähm. Ich bin ja nicht mal fertig gewesen. Vor allem, ich hatte ja nicht, ich hatte weniger Zeit erzählt. Wir haben vielleicht noch Zeit, ich müsste versuchen. Ne, time is up. Time is up. Time is up. Ich wollte hier so ein schönes Dach draufhauen, aber ich bin echt... Weißt du, was das denn geht? Oh, Mann. Oh, Rifi. Was ist das? Poolparty. Ah, ein deutscher. Nichts. Nein, nein, nein. Also, ich finde das gut. Ich finde das gut, ne? Ich gebe ein... It's okay. Ich finde das ganz gut. Naja. Ich wollte eigentlich Mac geben, aber hab fast vergessen zu stimmen. Ja, woii! Das ist doch ne schicke Hut, alter. Ich bin damit nicht fertig geworden. Ich wette, das ist deins. Ja, also. It's okay. It's okay. Wow, everything is awesome, ey. Wunderwitz. Das ist deins Lockerwetten. Ja, es ist alt. Ich bin einfach nicht fertig geworden. Weil es ganz im Okay gegeben. Oh, okay. Das bekommt von mir ein Amazing. Das sieht schon... Nein, nein. Das ist definitiv meh. Also, ne. Also, da seh... Da seh ich gar nichts bei. Was? Es bekommt ein Gut. Hä? Wohnst du in China? Ja. What the way? Wohnst du in China? Hätt ich nicht mal alles fertig gemacht. Oh, das ist nice aus. Das kriegt von mir... Everything is awesome. Hey, my eyes are blowing, alter. Man kann nicht mal ins Haus rein, ne? Das ist aber schön dekoriert, wa? Es ist kalt. Oh. Ist doch hübsch. Oh, das ist doch kalt. Okay. Das war dann nicht fertig, aber hat schon... Ey, Leute, komm. Oh, das ist doch nice. Du kannst von allen... It's okay. Okay, ja. Weil, ist zwar noch nicht fertig, aber in der kurzen Zeit... It's okay. It's okay. It's okay. Aber so ein Haus... So ein Haus ist doch ganz schlicht. Das ist... Das ist das... Wir müssen mal was Interessantes hier machen. My eyes... My eyes are bleeding. My eyes are bleeding. My eyes are bleeding. My eyes are bleeding. Ich will mitten in die Luft gehen. Ich stell mich jetzt hier an die Wand. My eyes are bleeding. Bitte. Was? Schade. My eyes are bleeding. So. Das ist nice. Alter, das ist geil aus. Das kriegt ein Gut. Ja. Das ist echt geil. Bei mir auch. Ich bin echt kritisch, ne? Ich bin so in der Jury der Dieter Bohlen. Der Dieter Bohlen. Ja, natürlich. Meine Damen und Herren. Wie sind wir bei Master Builder... Bei der Master Builder Jury? Also... So und nicht anders. Äh... Das ist echt geil. Oh, das ist doch geil. Das ist echt geil. Amazing. Amazing. Da fehlt noch... Da fehlt noch... Der hat Hex. Da fehlt noch der weibliche Touch. Ansonsten ist es schön. Der kurz im Zeit hat immer kurz... Harts von Dieter, ja. Ja. Dieter Bohlen. Das ist doch nice! Wow! Naja. 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 Das gibt ein... Das gibt das... Das bekommt ein It's okay. Bäh. Ne? Genau. Bäh. Ich bin ein It's okay. Hallo, er hat an die... Er hat in die Ofen gedacht, ja? Meine Damen und Herren, er hat an die Ofen gedacht. Bäh, ich krieg auch einen Krebs, alter. Oh Gott. Bäh, was soll das sein? Nein. Ne. Ich hätte einen anderen Untergang genommen. Ich glaube, hier wohnt Gott drin. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, Gott. Zu Gott geben wir ihn gut. Bäh. Das ist ja noch gut. Ja, Nies 1505. Es ist dunkel. Wow, es regnet. Es regnet? Ey, meine Damen und Herren, Enderface ist dritter geworden. Ich bin vier. Ne, ich bin schwitziger. Ha, ich bin ein Überwuchter. Ha, ich bin vorletzter nur. Und ich würde damit einfach mal sagen, Leute, danke fürs Zuschauen. Hau rein. Ciao. Tja. Tja. Es gibt es Donc auf den Vreundern,ifallla. Ab-, bei-per-, bei-teilungen. Aaa!